Herzlich willkommen zur heutigen Horrorzeit. Die meisten von euch haben bestimmt schon mal einen der zahlreichen Ring-Filme gesehen oder kennen zumindest die berühmte Szene, wo Salako aus dem Fernseher steigt. Was jedoch die wenigsten wissen, den Grundstein für die erfolgreiche Filmreihe legte Autor Koji Suzuki mit den Büchern Ringu, Rasen und Rupu. Aus dieser entstand 1995 mit Ringu, der erste Film der bekannten Reihe. Schauen wir uns daher doch mal die Geschichte des ersten Buches an. Das Buch Ringu von 1991 handelt von dem Reporter Asakawa, der zu einem Urlaubsresort fährt, an dem kürzlich vier Teenager auf mysteriöse Weise gestorben sind. Dort schaut er ein verstörendes VHS-Video, das ihn darauf hinweist, dass er nur noch eine Woche zu leben hat. Zusammen mit dem verruchten Professor Ryuji findet er heraus, dass es vor 30 Jahren eine Frau namens Sadako Yamamura gab, die ihre eigenen Gedanken auf feste Oberflächen, wie zum Beispiel ein VHS-Tape, projizieren konnte. Nach weiterer Recherche finden die beiden heraus, dass Sadako von einem behandelten Arzt vergewaltigt und mit Pocken angesteckt wurde. Danach warf er sie in einen Brunnen und begrub sie dort unter Steinen. Die beiden finden die Leiche, begraben sie und denken, dass der Fluch so gebrochen wurde. Nachdem Ryuji am nächsten Tag dennoch an einem Herzinfarkt stirbt, stellt sich jedoch die wahre Natur des tödlichen Tapes heraus. Sadakos übernatürliche Fähigkeiten kombiniert mit dem Pocken-Virus erschufen ein paranormales Phänomen, das ausgelöst wird, sobald jemand das verfluchte Band anschaut. Um zu überleben, muss man eine Kopie des Tapes machen, wodurch der Fluch immer mehr wie ein Virus verbreitet wird. Basierend auf diesem Buch erschien 1995 mit dem Fernsehfilm Ringu die erste Ring-Verfilmung überhaupt, die als Ringu Kansenban auch als japanisches Home-Video veröffentlicht wurde. Dieser war jedoch nicht erfolgreich und wurde nie außerhalb Japans veröffentlicht. 1998 wurde mit Spiral bzw. Rasen erneut ein Filmversuch gestartet, der sich diesmal stark an dem zweiten Buch von Suzuki orientierte. Doch auch dieser Film floppte und erhielt bald den Namen des vergessenen Sequels. Das liegt vor allem daran, dass noch im selben Jahr Regisseur Hideo Nakata mit dem Skript von Hiroshi Takahashi sehr erfolgreich den Film Ringu, bei uns Ring das Original, herausbrachte. Hierfür gab es einige Änderungen am ursprünglichen Buch Susukis. Familienvater Asakawa wurde durch eine geschiedene Reporterin mit gleichen Nachnamen ersetzt. Sadako wurde von ihrem Adoptivvater getötet, anstatt von einem Arzt vergewaltigt und ermordet. Während sie im Buch Menschen lediglich mit dem Virus infizieren konnte, was in einem Herzinfarkt resultierte, ist sie in den Kinofilmen viel mächtiger. Auch die legendäre Szene, wo sie aus dem Fernseher kriecht, wurde komplett neu erfunden. Interessant ist außerdem, dass in den Büchern der Fluch auch in viele andere Gegenstände, wie Klone von Sadako, ein Ringbuch und letztendlich in ein Krebsvirus wandert, nicht nur in ein VHS-Tape. Wir wissen nun, dass die Filme auf drei Büchern des Autors Suzuki basieren. Aber woher stammt seine Inspiration? Gab es Sadako vielleicht wirklich? Und von welchen echten japanischen Geschichten haben sich Autor und die darauf folgenden Filmemacher inspirieren lassen? Sadako und ihre Mutter Shizuko basieren auf zwei Frauen, die im 19. Jahrhundert gelebt haben. Shizuko Mifune wurde 1886 in der Kumamoto-Präfektur geboren und es hieß, dass sie seerische Fähigkeiten besitzt. Von einem Professor namens Fukurai Tomokichi wurde sie weiter ausgebildet. Bei einer Präsentation ihres Könnens im Jahr 1910 wurde sie jedoch als Scharlatan gebranntmarkt und begann ein Jahr später Selbstmord durch Vergiftung. Nach ihrem tragischen Tod begann der Professor die Fähigkeiten einer jungen Frau namens Sadako Takahashi zu studieren und in seinem Buch festzuhalten. Das Medium praktizierte das sogenannte Nensha, die Kunst, Bilder nur durch die eigenen Gedanken auf etwas zu projizieren. Dieser eher wissenschaftliche Aspekt Sadakos wird vor allem in dem Sequel Spiral bzw. Rasen auf Basis des Buchs thematisiert. Die sehr viel erfolgreicheren japanischen Ringu-Filme von Nakata inszenierten Sadako eher als Geist, der die Menschen heimsucht. Und auch für diese Darstellung findet sich eine bekannte Geschichte aus Japan. Und zwar basiert Sadako auf dem legendären japanischen Rachegeist Onryo, die zur Gruppe der Yurei zählen. Diese dunklen Geister gelten als bösartig und wurden in einem weißen Kimono und mit runtergelassenem Haar begraben. Onryo entstehen, wenn jemand ermordet oder durch eine lange Krankheit getötet wurde. Die dadurch entstandene Rachlust verhindert, dass die Person ins Jenseits übergehen kann. Dadurch wird der Geist in einer Spirale aus Zorn und Ruhelosigkeit gefangen und versucht, den Lebenden aufzusuchen und ihm zu schaden. Onryo können gestaltlos erscheinen, das Aussehen ihres Feindes übernehmen oder ihren ehemaligen Körper wie eine Marionette steuern. Auch die bekannte Juwon bzw. The Grudge Serie wurde von Onryo inspiriert. Aber woher stammt nun die Idee mit dem Mädchen aus dem Brunnen? Die im 14. Jahrhundert erbaute Burg Himeji gehört zu einer der bekanntesten japanischen Bauten. Jedoch ereignete sich hier eine tragische Geschichte. Einst diente eine Frau namens Okiku einem Samurai namens Aoyama. Dieser verliebte sich unsterblich in sie und beteuerte, dass er für sie sogar seine Ehefrau verlassen wird. Nachdem Okiku jedoch kein Interesse an seinen Avancen hatte, ermordete er sie und warf die Frau in einen Brunnen. Dieser ungerechte Tod führte dazu, dass Okiku als Rachegeist aus dem Brunnen stieg und den Samurai jede Nacht aufsuchte, bis er in den Wahnsinn getrieben wurde. Der Brunnen kann auch heute noch vor der Burg Himeji besucht werden, jedoch wurde er aus Sicherheitsgründen eingezäunt. Na, hättest du gedacht, dass so viele spannende Geschichten hinter den Ringo-Filmen stecken? Nachdem wir jetzt von den Hintergründen erfahren haben, möchte ich euch im nächsten Video gerne alle 13 Filme des Ring-Universums vorstellen, die bis 2019 produziert wurden. Das war die heutige Horrorzeit. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es wie immer mit einem Daumen nach oben und wenn ihr mich mit Filmen oder Fachliteratur weiter unterstützen wollt, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung alle meine Support-Links. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!